Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht des Sufs und der käuflichen Liebe zu Minecraft Reloaded, dem kleinen Großprojekt. Ich bin diesmal nicht mehr allein, ich habe verbale Unterstützung durch den guten Ösi. Hallo. Ich grüße dich. Hi. So, Ösi hat ein paar suizidale Probleme. Das ist kein Suizid, das waren Anschläge auf mich. Deswegen begleiten wir den Guten jetzt einfach mal in den Nähter. Ja, wir waren ja schon mal ganz kurz drin und haben uns wieder zurückgezogen, weil wir nichts hatten. Ich habe offscreen mal ein kleines Schwert gebastelt, mit dem ich hoffe, dass wir ein bisschen was reißen können. Das hoffe ich auch. Ich hoffe vor allem, dass du mich von meiner Dummheit bewahrst, nochmal in den Tod zu springen, weil ich mich auf mein Herz machte. Ja, ich werde einfach nur auf dich gucken und immer nur sagen, wo gerade was los ist. Bist du schon durch? Ich bin noch auf dem Weg zu, Ösi. Achso. Ah, okay, für dich ist es ein bisschen weiter, für mich ist es ja nur so ein kleines Stück. Ich muss hier echt mal Wege anlegen, ey. Das nervt mich so dermaßen. Und zwar nicht so sehr wie die Tatsache mit dem Toten, aber es nervt dennoch. Ich muss umliegen, um mein Haus weiterbauen, das nervt mich viel mehr. Ja, mein Haus ist auch wirklich nur ein Klotz. Wortwörtlich, es ist nur ein Klotz. Also meins hat theoretisch sogar schon eine zweite Etage. Ich habe halt unten so eine Steinetage und habe da oben drauf nochmal eine Holzetage in etwas kleiner gesetzt, damit es halt nach oben hin schrumpft. Da kommt jetzt noch ein schönes Geländer drumherum, also wie so ein Balkon. Dann mal gucken. Mount Eisel, das sieht echt nicht schlecht aus. Bin mal gespannt, was er da noch draus macht. Und ich habe es herausgefunden, wem eins von diesen anderen Besag Netaportalen gehört. Und zwar, weil als ich durch Eisel sein Portal gestopft bin, ein riesiger Pfad auf einmal durchgebrochen war. Und auf den Schild dann Flex und Bo-Bang. Ich kann seinen Namen einfach nicht aussprechen, ich sage immer Tobi. Der Bo-Bang, ne? Bo-Bang, genau, Bo-Bang. Ich sage immer Tobi. Ja, wo ist denn der Ösi? Ich erklimme gerade den Berg zu seiner Brücke. Ich glaube, ich sehe deinen Namen, ja. Ich sehe, ja, ich sehe auch, und Eisel ist auch in der Nähe. Ach, ne, das ist Eisel, ich sehe gar nicht deinen Namen. Ich sehe deinen Namen, aber auch. Ach, ja, okay, jetzt bist du gerade auf meiner Minimap aufgetaucht. Hey, 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 hey. Jetzt erst? Bist du schon lange auf der Minimap. Hi. Ja gut, je nachdem, wie du die eingestellt hast, wahrscheinlich, ne? Maximale Summreichweite. Nö, das habe ich nicht. Da unterwegs ein paar Gemüse geerntet. Was hat der Ösi denn heute auf dem Kopf? Ich muss unbedingt diesen Hutmob mal ausschalten. Ich habe ihn schon rausgemacht. Der hat mich schon so einfach mal zu genervt. Einfach. Ich glaube, die ersten zwei Folgen, ja. Okay, dann testen wir jetzt mal den Cleaver in Action. Okay, als ich das letzte Mal hier durch bin, war es ein Engadraggang. Guck mal, hier ist der Platz. Ja, ich heute auch noch. Und das ist das jetzt von Flex und Bubank. Ja toll, ich habe gerade irgendwie 20 Stacks Neta hier in Nether aufgesammelt. Warte mal, muss man eben ein bisschen toll. Irgendwer hat da seinen Müll abgeliebt. Na, den kannst du mir geben. Brochie-Blöcke, habe ich nix. Folgen Sie mir bitte. Äh, wo bist du denn da? D, D, Koppelstum-Blöcke hinaufgekackselt. Was ist denn so ein Schwerter, das modifiziert eigentlich? Ähm, ich habe tatsächlich jetzt nur Schärfe noch drauf gemacht und der hatte vorher schillernd und verstärkt 1, sodass ich jetzt bei einer 2300er Haltbarkeit und einem Angriff von 11,5 Herzen mit einer Enthauptungschance von 20% bin. Boah, achso, Gott, da hinten bist du, komm. Ja, und Reparaturmaterial Bronze, also relativ günstig zu reparieren. Ja, Bronze muss doch dabei sein. Eigentlich Bäume. Ja, das ist nur dieses kleine Buschwaldbiom gedönst. Ich meine hier, wenn du mal da oben an Deck ist, was da alles drin hängt. Oh. Nice. Okay, du sagst, jetzt Scherze sollte man nicht abbauen, wenn Pigmen in der Nähe sind, ne? Als sei, du willst dich mit den Zwangswissen anlegen, natürlich das ist eine andere Sache. Ja, mit Trieger. Und von den Dingen solltest du dich vielleicht auch fernhalten. Meinst du diesen großen Klotz, der da von der Decke hängt? Oder was? Genau, das ist ein Wespennüsst. Ah. Okay. Das ist ein ganz schön nervig, das Vieh hier. Und ihr wollt morgen tatsächlich darüber diskutieren, welche Mods ihr noch installieren könnt, ja? Hä? Ich nicht. Ich bin unschuldig. Ich reichne die Mods. Wenn ich im Gang den Quarz abbaue, kann doch eigentlich nichts passieren. Das war kein Pigmen da, ne? Naja, dieser Nebdick Quarz, der schalmäßig drin ist, ist davon nicht betroffen. Das sind wirklich nur diese Nether-Oar-Mods. Hau zu. Oh! Weg da! Weg da! Ah, okay. Das war das Zischen, was du meintest. Genau. Weg. Weg. Das ist aber neu. Das hat er gezischt. Äh, warte, warte. Nete Quarz-Oar. Komisch. Wenn es neu ist, weil Nete Quarz-Oar auch gleich ist. Ähm, kann man es bitte bleiben? Ich würde gerne mal ein Zück wiederholen. Ja, ja, klar. Kann man auf dem Rückweg abfahren? Ja, ich wollte nochmal ein bisschen rumbasteln. Okay, ja. Äh, weiß, wann man es mal gestalten kann. Ah! 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 Oh! Ah, Ösi. Das meinte ich mit den Explosionen hier. Ich habe schon wieder nur zwei. Puh. Ich wollte gerade schon Wasser einmal setzen, weil du brandest. Du kannst ihm jetzt doch kein Wasser einmal setzen. Ja, ich weiß, aber ich habe den schon ausgewählt. Ich weiß, der wird gar nicht der sofort. Du kannst mal versuchen, ihm jetzt im Bett zu schlafen. So, was haben wir denn hier? Pflanzen? Ja, Herr Tiongos. Ich weiß nicht, dass diese Teile sind. Kannst du mitnehmen. Nimm sie mal mit. Ah, da ist eine von den kleinen Spinnen. Die reicht eh schon. Wenn man die jetzt hauen würde, würden die Pikmin aber nicht aggro werden, oder? Nein, denen sind nur ihre eigenen Leute und halt die eher zu wichtig. Okay. So, da ist mein letztes Grab, wo man im Endeffekt auch nichts drin ist. Was liegt denn hier vom Schwefel in der Gras, der schweil in der Grasblock? Da würde ich nicht drauf treten, da fängst du an zu brennen, nämlich. Habe ich mir fast gedacht. Ein blauer, durchsichtlicher Pilz. Ja. Gut. Dann müssen wir, warte, wie geht's hier nochmal runter am besten? Dir ist schon klar, dass wir irgendwie auch wieder zurück müssen, ne? Ja, ja, es gibt einen zweiten Weg. Einen vernünftigen Weg. Okay. Aber ich weiß nicht, ich finde zu dem nie hin. So, ich folge dir jetzt einfach mal. Autsch. So, jetzt lass mich mal überlegen. Da sollten wir nicht zu nah hingehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Spawner, ne? Jo, von Blazes. So, das macht nur ein Herzschaden. Darunter. So, wir haben noch ein bisschen Schnitzel mit dabei. Ja, ich habe Gemüse. Hm, lecker Brokkoli. Und Lauch. Ja, Lauch, der ich auch bin. Links von uns ist ein Blaze. Ich seh's. Links von uns, jetzt gesehen, ist auch ein Widderskerät. Und rechts von uns sind zwei Blaze. Ähm, okay. Boah, es hängt wieder bei mir. Komm, ich glaube, in letzter Sicht. Es ist... Ähm... Ich geh mal auf das Skelett. Einfach runterhauen. Ich würde in Deckung gehen. Weg, 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 weg. Weg einfach, einfach weg. Feind ist schlechter, so muss das sein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hab ich... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. Oh... Boah. Ja, ich komm mit, ich helf dir dann. Das ist tot. Sorry, Lissi. Nein, Herr Frisch. Oh fuck, sorry. Das war echt nicht mein Erfolg. Oh man, ey, es wird so echt peinlich. Seit wann ist denn PvP hier an? Schon seit... ...den... ...dritten Tag vom Server. Ah, okay. Oh man, ey, es tut mir jetzt voll leid. Oh, exklusiv Content auf meinem Channel. Oh... Bitte nennt ihr vorgegen so der Lebensretter und dafür umstrichen oder so. Ja, irgendwas muss ich mir da einfallen lassen. Hattest du denn jetzt nur noch so wenig Herzen? Alter, der Klima macht zwölf Herzen Schaden. Ja. Ich hab nur zehn. Das Problem ist, dass diese beiden Bläsens, die Freunde, die kommen nicht aus dieser Schlucht raus. Ich komm nicht dran. Das ist mies. Ach, fuck, ey. Warte kurz, jetzt rüste ich mich kurz aus, jetzt wird's mir echt viel zu blöd. So, ein paar Diamantik, Eisen, Osmium, wo haben wir hier, Holz, ja ich hab ja nur irgendwie 5000 Stacks Holz, wieso gar nichts. Kann man die nicht irgendwie locken, diese Blaze-Fiecher? Leider hab ich das nicht, dass ich wüsste nicht alles. Na toll, ich brenne. Ah, hör auf, gut. Zack, zack. Ich betrauere deinen Grabstein, mein Freund. Oh man, das tut mir jetzt voll leid, ey. So, ein Dierschwert. Dann noch Eisenstiefel. Und Eisenhelm, so. So, zwei Teile Osmium, zwei Teile Eisen. Ein Dierschwert. Könnte mich. So. Und noch ein paar Brote aus dem Ofen. Mh, frisch gebacken. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn diese Blaze-Viecher zu mir kämen, aber nein. Toll. Natürlich und auf dem Weg sind fünf Milliarden, Millionen Skelette und was hat heute da alles. In Rüstung, versteht sich. Ich hatte übrigens heute, als ich auf den Server gekommen bin, 40 Level. Okay. Jetzt habe ich vier. Ja. Ich bin im Moment bei 38. Nicht zuletzt durch dich. Entschuldigung. Ja, ich hoffe, du hängst nicht das ja in deinem Haus. Ist ja nicht nur meins. Ja, stimmt. Wer wohnt bei dir nochmal? Der Spiele-Titan. Ja, genau. Das war so geil, wir haben, wann war das denn gestern? Haben wir gestern aufgenommen? Gestern haben wir uns noch nach meiner Aufnahme kurz getroffen und so ein bisschen gechattet, weil er nicht im Teamspeak war. Und er kam irgendwie nicht drauf klar, dass mein Charakter Ingame ja noch Golobar heißt, weil ich den noch nicht umbenennen kann. Und bekam so oft das Haus. Ich sag, ja, ich wohne da in dem Haus. Ach, du wohnst auch bei uns mit im Haus? Ich sag, Titan. Ich sag, wir haben die ersten drei Folgen zusammen aufgenommen. Ich sag, Golobar gleich Quinn. Ach, ja, okay. Sonst bei mir älseln alle Patterns in Gold. Ich glaube, du brauchst ja eine Metallform. Hast du alles in Gold gegossen? Ich meine ja. Das sind, glaube ich, 40 Patterns. Oder doch nicht alle. Ich hab 20 oder so. Wo sind denn dann die anderen? Warum werden die mir nicht angezeigt? Glaub nicht, dass das alle sind. Es gibt viele Patterns. Du kannst dir auch Pistolen machen, hab ich heute gesehen. Ich gieße mir immer nur dazu, was ich gerade... In der Kiste neben der Schmelze... 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 Oh, Mann, ey. Das waren sie das, als ich sie jetzt mal abgebaut habe. Ich sollte jetzt natürlich auch nicht zu viel abbauen. Das war vor zwei Stunden. Oh, Mann, ey. Das tut mir so voll leid. Das Leben ist zu schön. Das Leben ist zu schön. Ich hole gleich... Verlaut der Freude. Ja, das kann ich mir vorstellen. Boah, Alter. Ich geh die gleich an, die flieche. Die geh mir voll auf den Sack. Nein, 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 nein. Jetzt schießen sie mich sicher nicht die Skelette ab. Der G... Da, natürlich kommt durchs Portal die Skelette. Ich glaube, es hackt, ey. Boah. Und schon wieder nur vierherzig. Was ist denn los? Ich bin doch so gut gerüstet eigentlich. Ah, und da ist das Portal von Chris auch noch. Okay. Into Fire. Was haben wir gemacht? Blazgerade. 420 Blazgerade. Das erinnert mich an diese komische Linux-Maschine, die ich heute gemacht habe. Also, du hast das Bild gesehen hast in der Gruppe. Äh, nee. Ja, im Endeffekt, ähm, habe ich heute eine Test-Linux-Maschine aufgenommen und ich, du musst wissen, ich mag Linux überhaupt nicht. Weil Linux-Liebhaber da draußen tut mir leid, aber ich kann mir den Betriebsen einfach nicht klar. Und es ist witzigerweise wirklich so, sobald ich irgendwas mit Linux zu tun habe, verliere ich wirklich sofort das Interesse an allem. Das ist mir alles scheißegal. Und ich will einfach nur, dass dieses Linux weggeht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe einfach so eine abgrundtiefe Abneigung gegen Linux. Auch wenn es noch so mächtiger und weiß der Teufel was ist, aber... Also, ich habe mich damit noch nie wirklich befasst, muss ich gestehen. Jedenfalls, für die Zuschauer, ich... Eben aus dieser Desinteresse heraus, weil mir eben im Endeffekt alles egal war, habe ich dann die Maschine, natürlich habe ich die genannt. Ich habe 316 NoScope 420 Blazid MLG. Das hat dann meine Linux-Maschine geheißen. Mit dem User getwreckt. Und es hat dann dann doch für ein gewisses Amusement gesorgt, wenn er da gestatten ist, please enter, password for get wrecked. Hi. Bin entered. Was? Achso, hi. Also hier im Ganzen... Bitte nicht nochmal töten. Nein, nein, hier im Ganzen keine Blazid MLG. Das Schwert ist voll übel. Also wir können so locker mit den Pigmen anlegen, wenn du irgendwas brauchst, ne? Ja, ich will das nochmal zurück. Also nicht das Zeug, also das auch, aber vor allem... Das ist leider nicht dran. Achtung, hinter dir sind wir das Gerät. Özi? Ich habe jetzt Einerrüstung an, ich bin nicht mehr komplett nackt. Ich bin irgendwie verkiftet, oder? Du bekommst den Ridereffekt. Kannst mir vielleicht ein paar Schnitzel abgeben? Du hast noch... Oh, super. Und meine Brotnis habe ich für die Heereise alle verbracht. Nein, nein, nein. Okay, aber das Schwert ist eben da alles. Das finde ich cool. Ups, weg. Ah! Weg da! Ich muss mir jetzt noch vorbei ins Dick. Ich muss mal eben regenerieren, ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Eieieiei. Da müssen wir dann hin. Warte, den Blaz schnappe ich mir jetzt erstmal, ich bin hier wieder voll. Ich will diese Neterwarzen endlich haben auch. Ach, Acele ist auch ganz in unserer Nähe. Oh Gottes Willen! Ich schlage ein Blaz kaputt, dann sind zwei andere hinter der Tür. Dann lass mich mal da rein. Man merkt echt überhaupt nicht, wie so ich immer verrecke, ne? Boah, ich muss, ich muss echt aufpassen, dass ich dich nicht aus Versehen hintere, ey. So, warte, wo ging's lang? Glauben, hier war das irgendwo noch. Ah, nein, nicht da reinsteigen. Sonst landen zwischen denen. Äh, war das, das sehe ich eh auf der Map, oder? Das war da hinten. Ich habe mal, ich weiß, wir werden es jetzt zwar nicht mehr angezeigt, aber ich weiß noch, wie die Karte an der Stelle ausgesehen hat. Weil ich nämlich kurz vor meinem Tod draufgeschauen habe. Wie oft bist du jetzt heute verreckt? Viermal, fünfmal? Ich glaube, fünf oder sechsmal. Aber ich bin immer noch nur dritt da auf dem Server. Ich weiß nicht, was die anderen angestellt haben. Kann man die Asche für irgendwas gebrauchen? Du kannst bestimmte Sachen draus craften. Äh, wo bist denn du? Ach, die Lava kenn ich. Ja, genau. Die Lava kenn ich. Ja, ich habe dich. Jetzt muss ich selbst ein bisschen. Aber jetzt ziehst du eigentlich mit der Folge, um jetzt den Spielverderber zu. Äh, ich bin jetzt bei 18 Minuten. Äh, dann, okay. Äh, der snägt sich hier jetzt mal closed und ich glaube, er hackt. Was denn? Ich nehme die Fackel auf, damit du überziehst. Sehe ich genug, der Nete ist schnell erleuchtet. Okay, so. Schön ist, du könntest mich jetzt hier aussetzen. Ich würde den Weg nicht wieder zurückfinden. Ich auch nur mit Glück. Äh, da, da. Ach da, okay. Okay, das war falsch. Das ist okay. Machen wir eine Sightseeing-Tour. Ja, dazu hier zu ihrer linken sehen sie Netherrack. Zu ihrer rechten sehen sie Netherrack. Und über und unter ihn sehen sie Netherrack. So, Achtung, da wird es ein bisschen, da wird es ein bisschen knapp. Da haben wir nur einen Block. Ich glaube, wir sind jetzt gerade ein bisschen kreis gelatscht, oder? Mit Schürter, oder? Was sind denn diese Knirrm-Bilde, die da von der Decke hängen? Also, ja, das Ding kannst du sogar Bonn-Mill machen. Tatsächlich. Ah, okay. Ähm, warte mal, wo bist du denn jetzt lang gegangen? Ach, ich bin jetzt neben dir gegangen. Verarsch mich nicht, ja. Also, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen heikel hier, wenn du das nicht unterfällst. Ach, stimmt, da drüben ist Esel. Warte. Aber guck mal, ist doch ganz gut. Ich habe Schmelzkerne, Blaze, also Blaze Rods, Blaze Dust. Oder wie auch immer das Ding im Englischen heißt. Nein, oh Gott. Warte, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe jetzt irgendeine Karte bemerkt drin, ich weiß nicht, wie. Okay. Verdammt. Okay, das hat es nicht besser gemacht. Ich hätte jetzt ja... Ich habe irgendwie die Minimap verschoben. Prügeln. Hä? Ich habe jetzt die Minimap mitten im Gesicht. Oh, toll. Ah, jetzt ist sie weg. Was ist denn? Habe ich da jetzt gerade ein Ding gehört? Ja. Okay. Also, wenn du die Minimap mal mitten im Gesicht hast, dann musst du X drücken. Okay. Ah, das ist so ein Fail-Takt, ich nehme mich nicht auf. Aber du nimmst doch von dem her. Boah, ich weiß nicht mehr, wo das jetzt war. Da waren wir schon. Wenn ich es die eine Stelle finden würde. Weißt du, vor allem bin ich immer wieder zu dieser Einstelle zurückgekehrt, ohne dass ich es wollte. Wo ist er denn jetzt lang? Wo ist er denn? Da ist dein Name. Okay, jetzt bist du hier unten lang. Wo, 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 wo? Okay. Ich bin gerade ACB-Ging, der ist mir gerade ein Ding gelatscht. Oh, der Marder muss durch. Nee, da war nichts. Okay, der kann noch nicht mehr. Gut, ich glaube, hier sind wir jetzt alles abgelatscht. Ich folge dir einfach mal unauffällig. Genau, da war ich. Da war ich beim allerersten Mal. Du bist jetzt hier links in den Garten. Genau, in die freie Fläche bin ich genannt, ne? Hier. Okay. Gut, also wir sind hier wirklich auf den Spuren des Ösis. Hier war ich. Hier war ich. Da habe ich Ardard abgebaut. Okay. Das heißt, wir könnten theoretisch nicht so weit wechseln. Da schön, dass man so eine Schäuze haben muss. Da vorne ist man eine Feuerfleder muss? Ja, schön. So, die Frage ist halt, wie bin ich weitergegangen? Ich kann eigentlich dann nur in die Richtung weitergegangen sein, wo wir gerade wieder gewesen sind. Denn ich bilde mir ein, dass es da noch irgendwo einen Weg gegeben haben muss. Au. Au. Dieses blöde Feuer. Feuererde hier. Wo ist das hier gewesen? Nein, 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 aber hier ist noch Adolf. Da, ja, okay. Ah, sind schon wieder bis jetzt hängt es bei mir. Ich muss das mal kollegieren. Okay, gibt es einen Unterschied zwischen dem Erzen? Hier ist aber, wenn man hier jetzt, keine Ahnung, kupfer abbaut. Nee, der kupfer kommt genauso kupfer raus wie das andere auch. Ja, aber mehr. Ah, okay. Zum Beispiel, wenn du normales Netterkupfer in den Ofen zum Schmelzen legst, dann kommt kein Barm raus. Da kommt einfach zwei normale Kupfererzblöcke raus. Ah, cool. Bist du jetzt über mir? Nee. Ähm, nein, ich bin jetzt gerade ein bisschen nur am Schauen. Ich bin jetzt gerade wieder in dem Nettergang, ne? Okay, im Baum der Verkehr herum war. Ja, warte, ich muss nur kurz mal überlegen. Bin ich... Ah, das war die falsche Galaxienkarte auf Ende. So. Ah, warte, ich komme mal wieder zurück. Und zwar, wenn du mal auf der Karte schaust, dann siehst du, da müsstest du, ähm, unten oder neben uns so ein, äh, da müsstest du einen Haufen Schwarzen dazu holen und Mauer quasi ist und dann müsstest du irgendwo in dem Schwarzen ganz in der Nähe einen Kreis drin roten, also quasi. Ja. Genau, und zu dem müssen wir hin. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie. Das ist ein Problem. Der rote Kreis bewegt sich. Bewegt sich doch nicht. Also dann reden wir nicht von diesem roten Punkt, der sich bei mir auf der Map gerade bewegt. Nein, ähm, der rote Kreis, warte, der ist jetzt links von uns, links über uns. Ich habe einen im Westen und im Osten habe ich einen, der sich ein bisschen bewegt. Ja, der ist, der ist ziemlich rund. Und darunter ist so ein gekrümmter Gang. Der. Warte, ich muss hier mal über meine Minimap reinzoomen. Ich glaube, wir sprechen gerade von unterschiedlichen Dingen, weil ich habe so rotleuchtende Punkte auf der Map, ich weiß nicht, was, was das darstellen soll, ob das... Du schaust jetzt hier auf der großen Map gerade. Du kannst mit M die große Map befinden. Ja. Wir müssen nach Westen, in die Richtung. Okay. Sollen wir gucken, ob wir uns durchgraben können? Ich weiß allerdings nicht, auf welcher Höhe das ist. Ich habe leider keine Spitzhacke. Ja, dann gehen wir weg. Ich habe doch mal eine super Spitzhacke dabei. Bis. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich verschaffe mir nochmal eben gerade einen Überblick. Okay, war ich hier schon. Ich kann den Weg freimachen. Oh, nein, da geht es jetzt nicht mehr nicht runter. Okay, jetzt sehen wir hier. Sprich, das ist... Wow. Das ist ein umgekehrter Baum. Ich habe gerade ein sehr merkendes Geräusch gehört. Dieses Fegen, so ein komisches... Ja, klein wie so ein kaputter Glücksspielautomat. Ja, das sind solche kleinen schwebenden Geister, oder wie man so wird. Ich glaube, jetzt sind wir schon... Ja, wir sind jetzt in dem falschen Teil. Im falschen Teil. Soll ich nicht mal eine Diamantspitzhacke für Kobalt und sowas mitnehmen. Du kannst Kobalt nicht mit Diamanten abbauen. Ach nee, ach nee, da hast du gesagt, da brauche ich das Stahl-Dings für. Brauche Stahl-Dings, Stahl. Dass du hier aus Peak Iron Ore gewinnst, irgendwie. So, warte, woher... Hier haben wir uns hergegraben, ne? Ich muss hier nur irgendwie die Direction finden. Warte, das ist Norden. Äh... Grab dich mal hier durch. Da rein? Einfach geradeaus. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen im Boden... Ich kann mich nicht ausprobieren. Ja, ich kann mich nicht ausprobieren. Ich darf nicht ausprobieren. Da bin ich nicht ausprobieren. So, gut. Warte, wir sind eigentlich schon zu weit. Welche Höhe sind wir denn? Gerade mal über uns. Oh, das war wieder die Spitze, könnte ich schon. nicht wirklich mehr wir haben versucht mal einen Block rein nach unten zu graben mit dieser Spitze kommen versucht einen Block hier zu graben? ja ich sehe es gerade das bringt auch irgendwie nichts Gold ist gut Gold ist gut zu groß das nehme ich mal eben mit ja ja drücken zu mir und zum Ende wieder ruhig die Anerkennung das ist es und ich glaube müssen aber nach oben so ich mal der Arter der Dr. 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 wenn dann müssen wir hier noch das Schatten von Bisschen Kopp einziehen und ich bau da mal hier so einen Weg hoch. Ja, genau so. Da kann man ja nicht wo hüpfen. Kannst bitte die Blöcke über mir am Kopf. Okay. Gehen wir hier einfach mal weiter. Nach oben. Irgendwas ist da oben auf jeden Fall. Da habe ich diesen komischen Fegedöns-Teil. Ich hoffe, du hast Jump'n'Run-Skills geringfügig. Ja, so ein bisschen. Ja, doch ein bisschen. Ein Block, ey. Kann ich weitermachen? Ja, einfach nach oben. Da ist mal ein bisschen Addit. Ja. Ich schaffe uns hier zur Seite hin nur ein bisschen Luft. Boah, die Spitzhacke ist echt übel. Okay, sie ist fast kaputt. Naja, man kann es ja ganz einfach reparieren, so ist es ja nicht. Ja, aber dann haben wir noch eine tolle Spitzhacke. Ich meine, dann habe ich nur noch Eisen. So, an der Stelle beende ich aber diese Folge hier schon mal. Den Rest vom Höllenabenteuer werdet ihr nicht sehen, weil ich werde jetzt gleich ins Bett gehen. Bis dahin haltet ihr euch ganz schreif. Macht's gut. Ciao. Ciao. Uhhh. Das ist Hammerabenteuer.